So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich, was müssen wir diesmal machen, ratet mal, ja richtig, eine Geräteverbindung etablieren. Diesmal das Ganze in der Nähe von Sanctuary, wir gehen auch direkt rüber, denkt dran, ich sag's immer wieder, ich weiß halt nicht, warum überhaupt jemand das Video guckt, aber eigentlich ist es auf der Map markiert, achtet auf die Minimap, da kriegt ihr das Ganze nochmal, wie immer, als kleines, ich sag mal, Mikrofon dargestellt. Ich hab mir das Ganze jetzt einfach mal markiert, so, mal gucken, wie viele mit mir landen, weil ich bin ja schon ein bisschen spät dran, liegt einfach da, logischerweise, berufsbedingt, da dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis ich da bin, hab für euch noch die Prola-Aufgaben gemacht, ich hoffe, wenn ich euch weiterhelfen konnte, natürlich gerne einen Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, so, jetzt gucken wir mal gerade, aber hier oben, ich seh's schon, grad gucken, ob ich schnell hin kann, so sieht das Ganze aus, einmal hin, schnell noch ein bisschen Loot holen, gut zugucken hören, Oh, okay, Paradigma, sagt uns was. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, wenn ja, lasst gerne einen Like da, gerne ein Abo da lassen, dann würde ich sagen, ich guck mal, dass ich für euch die nächste Aufgabe dann gemacht bekomme und in dem Sinne, haut rein! 05.000.000 Riespannung 2.000.000 Riespannung 3.000.000 Riespannung